Schönen Abend, danke. Ich möchte kurze Zeit nutzen, um Ihnen was zu schenken. Ein Bild möchte ich Ihnen schenken, ein Bild meiner Generation. Meine Generation ist geboren in eine Welt, die sich, wie mir scheint, rückwärts bewegt. Es gibt alle fünf Jahre irgendein Revival. Mein Musikgeschmack beschränkt sich auf Remixes, Mash-up und solche Sachen. Und ich frage mich, wie soll das weitergehen? Wann werden die 2010er-Jahre revivaled? Wie schaut das dann aus, was haben die Leute für gewarnt an, wenn wir gerade die 90er-Jahre wieder hochleben lassen? Klingt vielleicht belanglos, aber mich beschäftigt das. Was haben wir Kids der 80er-Jahre für Ziele und Wünsche für unser junges Leben? Wir sind Ende 20, Anfang, Mitte 30, voll im Saft, strotzen vor Energie und wir machen Projekte und Projekte und Projekte und Projekte und Projekte und dazwischen ein Praktikum. Unbezahlt, natürlich unbezahlt. Wir machen es ja für uns, nicht für irgendjemanden anderen. Früher haben sie uns das gelernt. Der Herr Fässer oder bei mir war es der Herr Fachlehrer, hat zu mir gesagt, hat er gesagt, Herr Schert, das ist mir herzlichst egal, ob Sie das ja positiv absolvieren oder nicht. Sie machen das nicht für mich. Sie machen das... Verstehen Sie mich? Hab ich verstanden, ich hab bis heute keine Matura. Bin ja... Danke. Aber ich bin ja auch kein Egoist. Nur für mich, nur für mich. Aber dieser Satz des Pädagogen, der hat mich geprägt, mich und meine ganze Generation. Diese permanente Aufforderung zur Selbstverwirklichung. Das ist oft mehr Laster als Privileg, finde ich. Aber dann denk ich mir, hey, wir sind die Jungen, die Kreativen, wir haben permanente Ideen, wir beweisen uns, wir sind schneller als die anderen. Wir sind kreativ, wir sind sozial, wir sind kompetent, wir sind sogar sozial kompetent. Und wir sind motiviert, wir sind so, ich bin so motiviert, ich geh nach einer 6-Tage-Woche. Gut, das stimmt jetzt nicht. Ich geh nach einer... Wie soll ich das jetzt sagen? Ich geh nach einer harten Woche. Am Wochenende noch zu Orientierungsseminaren, auf Weiter- und Fortbildungsabende, zu Workshops. Bin schon zu Tode gewörgschoppt. Bin schon so weit fortgebildet, dass ich mich oft frag, Havara, wo bist du daheim, Alter? Wir sind Getriebene, wir die jungen, modernen, weltoffenen Menschen. Wir sind die Ochsen vor den Pflügen der Globalisierung und wir merken es nicht einmal. Immer am Trüger sein, kommunikativ, zielstrebig und doch wandelbar. Die Attribute, mit denen wir uns in unseren Bewerbungsunterlagen schmücken, scheinen schier endlos zu sein. Warum wir die Besten für diesen Job sind? Alter, was ist das für eine Frage, bitte? Weil wir so fortgebildet sind, Alter. Was müssen wir, ja, na wirklich ist es so. Was müssen wir alles sein, nur um ein unbezahltes Praktikum antreten zu dürfen? Wir müssen dem Arbeitgeber loyal sein, politisch interessiert, wirtschaftlich denkend, kreativ, optimistisch, positiv denkend. Hab ich das schon gesagt, ich weiß es nicht. Und doch ist jeder von uns einzigartig. Individualisten, wie sie im Buche stehen. Das ist meine Generation. Und all diese Anforderungen, die an uns gestellt werden, die Formen, das macht ja was mit einem jungen Menschen, mit so einem Küken, mit so einer zarten Seele. Der macht ja was mit uns, wir werden zu egoistischen Charakterschweinen herangezüchtet, zu ewig bis ins unendliche fortgebildete Softskill-Mast-Säue san wir. Wer hat heutzutage noch Hardskills? Ist ja ein schlechtes Wortspiel, aber es ist so, ja. Wir gründen Start-up-Unternehmen, eines nach dem anderen, das nie über den Status Start hinaus wachsen wird, ja. Aber wir gründen's, weil wir so motiviert san, ja, wir san, ja, v.a. auf die Goschen aufsteht, Goschen aufsteht, Goschen aufsteht, Goschen aufsteht, ja. Das san wir, Motivation mix the world go round, bitte. Motivation ist der Zaubertrank des Karrieristen. Ob ich nur ein Karriere-Healing wird, weiß ich nicht, ja. Und Sie warten jetzt vielleicht auf eine Schlusspointe, aber irgendwie ist mir beim Schreiben die Motivation ausgegangen. Halt's die Ohren, Steff, danke.